Hallo du, einen Simstastischen Tag wünsche ich dir hier willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 4. So, ich habe gute Laune, du hast gute Laune, wir haben gute Laune, Alison hat gute Laune, Lee hat gute Laune, Lucy hat gute Laune, wir haben gute Laune. Okay, ich höre auf irgendwas zu singen, das verspreche ich euch. So meine Lieben, wir freunden uns hier gerade mit Lucy mit den hier lebenden Bewohnern an, denn sie denkt sich, ja, ich sollte vielleicht auch mit der Freundin meiner Mami und mit dem Kind von der Freundin meiner Mami auch befreundet sein. Und sie muss ja hier auch ein bisschen Kontakte schließen. So, ihr knuffigen, drolligen, schnuffigen Hasis. Ich werde jetzt aber die Kinder alleine lassen und stattdessen jetzt hier, das Gemälde ist wirklich gut geworden, mal mein Gemälde aufhängen, damit ich dann hier ein neues, mich einem neuen Gemälde widmen kann. So rum ist das richtig. Und ja, ihr hattet mir auch unter anderem als Hinweis geschrieben, dass ich hier auch Bilder im Kaufmodus selbst verwenden kann, die dann auch darunter zählen, dass ich sie ausgestellt habe. Und deswegen, ich kaufe jetzt mal so ein paar Sachen, die ich finde, ich ganz süß finde, zum Beispiel halt hier fürs Kinderzimmer, dass ich dann hier zum Beispiel den Velociraptor, ein lustiger Dino, ja, von wegen, ach so ein T-Rex. Das sieht aber auch aus wie ein Velociraptor. Ich will ja nichts sagen, aber nö. So, dass ich dann hier auch nämlich ein paar süße Sachen noch an die Wand packe, damit die Kinder sich dann auch noch kindischer fühlen, also noch heimischer natürlich, eher gesagt. Und damit das Ganze dann noch schöner ausschaut. So, warte mal, dann packe ich mal den da hin, dann mache ich mal den ganz kurz weg und mache den mal in einer anderen Farbe, damit man den auch sieht. So, machen wir den mal in so einem lila Ton, nee, obwohl das sieht doof aus, so grünton, grünton ist okay. Dann sind bei ihm so Dinos und bei unserer kleinen Maus drüben mache ich dann so Häschen. Häschen finde ich auch ganz süß und das passt auch sehr gut zu ihr, finde ich. So, nee, das passt nicht so ganz wegen der Wandfarbe, das rosa, das passt schon eher. Und dann mache ich noch so ein Hoppehäschen da drüber. So, den machen wir mal auch in einer etwas helleren Farbe. So, dann hat sie nämlich die Häschen-Seite und unser kleiner Mann hat dann natürlich die Dino-Seite. So, ich könnte jetzt noch viel mehr Bilder ranhängen, wie zum Beispiel auch hier das Kinderposter Erziehung zum Leser. Erwecke mit diesem fröhlichen Kinderposter eine Vorliebe fürs Lesen. Deswegen, ich werde das mal da auch einfach an die Wand datschen. Und jetzt müssten wir eigentlich 19 von 25 Gemälde haben, die gleichzeitig ausgestellt wurden. So, unsere süße Maus hat die Motorikfähigkeit weiter erworben und gelernt. Sehr schön. Also jetzt, die restlichen werde ich natürlich durch das Malen von Allison mir schaffen sozusagen. Also da versuche ich jetzt einfach, indem ich genügend male, dann entsprechend dort meine Gemälde fertig zu bekommen. So, ihr, was macht ihr? Achso, ihr schaut Fernsehen, sehr schön. Schaust du den, ja, du schaust den Kids-Kanal. Setz dich doch hier neben deine Schwester. Also nicht wirklich Schwester, aber Freundin. Im weiteren Sinne Schwester. So, ich habe auch einen Tipp von der Cleo bekommen. Vielen lieben Dank, meine Süße, für diesen... Wo ist David? Warum kicherst du in anderen Betten herum, mein lieber Freund? Was fällt dir an, in anderen Betten herum zu kichern? Du hast da unten neben deinem Weibe zu schlafen und in ihrem Bett zu kichern. Was machst du in Allys Bett? Wie kam er denn da hoch? Meine Güte. Also manchmal frage ich mich echt, wie die Sims das anstellen, dass sie dann einfach von 0 auf 100 an einem ganz anderen Ort sind und sich dann da oben auch anscheinend ganz wohl fühlen. So, alles klar, jemanden bedrängen. Ja, das ist immer schön. So, was möchtest du? Einen Witz erzählen. Dann können wir mal hier direkt... Warte mal, dann kann ich mal hier umkehren. Ich bedränge ihn jetzt mal spitzbübisch und er erzählt mir dafür im Austausch einen Witz. So, ähm... Schmutzigen Witz. Okay, du bist zwar noch jung. Ich frage mich, was das jetzt für ein Witz werden wird. Guten Morgen, David! Wir sind jung genug, die beiden sind echt süß. So, damit haben wir auch dein Wünschlein erfüllt. Lustiger Schultag. Heute ist in der Schule etwas total Lustiges passiert. Nein, es hatte nichts mit dem Unterricht zu tun. Alles klar. So, ich schicke jetzt aber mal die ganz Kleinen schicke ich jetzt mal schlafen. Mensch, kann ja nicht sein, dass die hier die ganze Zeit wach sind und mir dann nachher auf den Wecker fallen, dass sie nicht aufstehen möchten. Und um 21.14 Uhr für ihr Alter, das ist völlig in Ordnung, denke ich mal. Deswegen ab mit euch, meine Süßen, ins Bettchen, nachdem du deinen schmutzigen Witz erzählt hast. Aber erzähl ihnen bitte nicht zu schmutzig, ne? Wir sind immer noch Kinder hier. So. Wir sind inspiriert und dadurch können wir wahrscheinlich jede Menge coole Sachen kochen. Aber ich werde mich erst mal an den Stuff halten, der noch im Kühlschrank zu finden ist. Und dann muss ich mit David auch mal wieder ein bisschen trainieren. Denn unsere Ellie, finde ich, die hat momentan... Na, hier, nimm dein Gemälde mit. So, ein gutes Gemälde. Joa, ist zwar jetzt nicht so mega toll, aber immerhin besser als nüscht, ne? So, machen wir mal direkt noch ein neues. Ähm, ja, unsere Ellie, die, finde ich, hat nämlich momentan echt Traummaß. Also, sie ist nicht zu dünn, sie ist nicht dick, sie ist sportlich definiert. Und ihr, ihr, ihr toller Haarschnitt bringt das Ganze einfach noch schöner zur Geltung, meiner Meinung nach. Also, ich finde, sie schaut richtig, richtig Bombe aus. Und sie hat, also, sie hat sich das wirklich auch hart erarbeitet. Und mehr abnehmen lassen würde ich sie jetzt nicht, weil sonst verschwinden ihre schönen weiblichen Konturen. Und die möchte ich ihr auf jeden Fall erhalten. So, ich räume mal hier so ein bisschen auf, während unser David da gerade ein bisschen am Chili lümmelt und da was futtert. Oh, ich glaube, wir müssen mal den Müll rausbringen. Und was ich auf jeden Fall machen muss, ist heute, wir werden eine Party geben. Und wir werden Travis Scott einladen und Liberty Lee. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wir werden diese beiden irgendwie zu unserer Party zwingen. Denn ich muss einfach jetzt mit ihnen befreundet sein. Tatsächlich ist Summer wirklich sowas von hinten dran, was ihre Freundschaftsbedürfnisse hier angeht. Sie ist zwar ein total kommunikativer Mensch und total liebe und süße Maus. Aber irgendwie, ja, wir haben halt nur zwei Nachbarn. Und diese zwei Nachbarn erfinden immer wieder irgendwelche Ausreden, um nicht zu mir kommen zu müssen. Und das muss sich jetzt ändern demnächst. So, bevor du jetzt schlafen gehst, mein Lieber, würde ich dir mal den Garten anvertrauen. Denn tatsächlich ist es so, dass mein Garten schon sehr, sehr, sehr verwahrlost wirkt. Und ich möchte jetzt langsam mal hier wieder ein bisschen Ordnung reinbringen. Und dann gucken wir auch gleich, sagen wir mal, 22.45 Uhr fängt er an, jetzt den Garten zu säubern bzw. zu begießen. Und das Unkraut zu jedem mal schauen, wann er damit fertig ist, wie lange er jetzt brauchen wird. So, jetzt eben schnell was essen gehen. Ein leckeres Stück Kuchen, das ist immer gut. Und die beiden schlafen den Schlaf der Gerechten sehr schön. Und Ellie, die malt natürlich weiter an ihren abstrakten Gemälden. Ich finde es schön. Also unser Familienleben, ich freue mich sehr, dass es so gut läuft, dass Ellie wirklich glücklich ist in ihrem Beruf, mit ihrem Beruf. Natürlich müssen wir uns noch ein paar weitere Bilder ansehen und diese bewundern. Das könnte eine Weile dauern, aber was soll's. Ausgezeichnete Gemälde, das ist halt das, was ich als ein wenig für schwierig erachte. Denn wir haben davon gerade mal vier hergestellt. Das Einzige, was wir momentan so zeichnen, sind immer gute Bilder. Aber immerhin nur noch fünf Bilder, dann haben wir das alles auch ausgestellt. So, ich hoffe, Travis kommt irgendwie vielleicht nochmal von selbst. Aber wenn nicht, dann müssen wir ihn halt einfach mal dazu zwingen. So, hast du jetzt dein Kuchenstück gegessen? Ja, isst doch die Torte, Maus. Sehr schön. So, und heute ist auch wieder Training angesagt. Denn, meine Lieben, die essen viel, trainieren wenig, abgesehen von Ellie. Und dementsprechend, unser David, der muss auch mal wieder ein bisschen sportlich fitter werden. Schaut ihn euch an. Er setzt da auch so langsam ein kleines Bierbäuchlein an. Und deswegen heißt es, ab mit dir aufs Laufband. Heute wird trainiert. Darauf freue ich mich schon sehr, die Zinsen ein bisschen zu quälen. Übrigens, was ich noch gar nicht so richtig gezeigt habe, das ist hier unter anderem dieses Bücherregal. Und ich hatte gesehen, dass es unter anderem halt auch für die Kinder zum Beispiel die Grundschulhausaufgaben und die Hausaufgaben gibt. Aber die hatte ich mir schon mal testweise mal gekauft gehabt. Und das sind wirklich nur die Hausaufgabenbücher, die man bekommt, wenn man zur Schule geht. Also ich dachte eigentlich ursprünglich, dass es eventuell Zusatzhausaufgaben sein könnten. Ist es aber nicht. Wie ich euren Vater absolvierte. Von Genevieve Sirene. Das ist definitiv Genevieve Cooper. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Sie hat sich nur unter einem anderen Namen hier ausgegeben. So, das erste Einhorn. Oh, das ist schön. So, aber ich wollte eigentlich ursprünglich mal, wie gesagt, es gibt hier so viel tolles Zeug. Aber ich wollte eigentlich ein Fähigkeitenbuch kaufen. Äh, Darmwindgebäck. Mh, wolltet ihr schon immer eine Leckerei haben, die Darmwindgebäck heißt? Dann kauft es euch jetzt für 2.500 Simoleons. Juhu. Also das müssen wir echt nicht kaufen. So, ich wollte nämlich ein bisschen meine, ähm, meine, 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 meine Schreibenfähigkeit. Genau, Schreibenband 1, das Rätsel der Konjugation ausbauen. Damit wir dann dort tatsächlich ein wenig mit jemandem schreiben können. Ich würde mal sagen, vielen Dank für deine Bestellung. Du findest das von Summer gekaufte Buch im Inventar. Dankeschön. So, das werde ich meiner guten Allison zuschieben. Damit sie dann tatsächlich auch, ähm, damit sie dann tatsächlich auch, äh, ja, hier, ne, äh, Schreiben anfangen kann. Während sie dann zu Hause rumgammelt. Dass sie nicht nur Malen tut, sondern auch noch mit dem Schreibenberuf ein wenig dazu verdient. Und wie gesagt, ich werde dann nachher noch versuchen, dass mein kleiner Lee, dadurch, dass er eine erfrischende Dusche nimmt, energiegeladen dann ist und dann tatsächlich auch so endlich mal zur Schule kommt. Damit wir dann hier, wartet, bei der Schule endlich mal vielleicht von diesem Dreier-Noten-Durchschnitt runterkommen und uns vielleicht einen Zweier-Durchschnitt, wow, so hässlich, und vielleicht mal einen Zweier-Durchschnitt erreichen. So, Hunger, okay, warte mal, dann werde ich dir mal was zu essen geben. So, ja, isst doch erstmal, äh, Fisch und Chips im Inventar, die verdorben sind, schnell weg damit. So, alles klar, unsere süße Summer, die geht jetzt erstmal eine Runde trainieren. Falls sie Travis dabei oder Liberty, was sehr unwahrscheinlich ist, treffen sollte, müssen wir sie auf jeden Fall herrufen und dann uns mit ihnen anfreunden. Notfalls muss ich halt echt noch ein paar Sins in meine Nachbarschaft einbauen. Wie gesagt, meine Community-WG, die wird ja auch noch irgendwann hier Fuße fassen und dann müsste ich mich, aber so lange wollte ich jetzt eigentlich nicht warten, bis wir endlich mal ein paar Freunde finden. Ich denke, wir müssen einfach die Party veranstalten und dann dementsprechend wirklich ein paar Leute kennenlernen. So, du bist immer noch am Gießen, eieiei, und das hat er schon vor einer ganzen Weile angefangen. Also, es dauert wirklich unendlich lange. Wann haben wir? 22,45, ne? Also, es sind jetzt schon zwei Stunden, die wir hier dranhängen und das nur mit dem Gießen, aber wahrscheinlich auch, weil wir so ein bisschen uns unwohl fühlen und dementsprechend ist er noch langsamer. Und, äh, ja, kann ich jetzt schlecht ändern gerade? Was mit meiner... Ich wollte gerade fragen, was ist mit meiner Toilette jetzt schon wieder? Oh, das wäre es jetzt auch noch gewesen, wenn die Toilette schon wieder in den Arsch gegangen wäre. So, was haben wir denn da jetzt hübsches fertig? Ach, schon wieder so ein lustiges Bild. So, das ist gut, das Bild, alles klar. Dann wird es mal hier auch aufgehangen. Damit müssten wir jetzt eigentlich, genau, 21 von 25. Wenn wir dann noch ein paar malen, aber irgendwann muss ich dann tatsächlich auch mal gucken, dass ich die dann auch, äh, nachdem ich mir die angesehen habe, alle wieder verkauft bekomme. Denn so viele Bilder brauche ich halt einfach nicht. Das sieht auch ein bisschen zugekleistert aus meiner Meinung nach. Deswegen freue ich mich dann schon sehr, dass ich dann tatsächlich diese Bilder wieder verkaufen darf und vielleicht auch mal wieder ein bisschen Plus in die Kasse bekomme. So, Level 5 der Motorikfähigkeit erreichen. So, ich werde mal Tippen üben, denn das brauche ich auch unter anderem. Und also auch durch Tippen bekomme ich halt die Motorikfähigkeit hoch. Und ich muss ja auch noch Videospiele spielen. Und Energie geladen zur Schule. Das sollten wir alles noch hinkriegen, da mache ich mir gar keine Gedanken. Wenn ich jetzt wirklich den Tipp von der Cleo befolge und hier nochmal davor nachdenklich duschen gehe, damit ich dann tatsächlich... Oh, ja, nicht schlecht. Einmal auf dem Laufband und schon ist sie wieder knackig und frisch. Finde ich gut. So, okay, was machen wir dann? Und ich denke mal, wir treiben dann unsere Kochfähigkeit noch ein wenig hoch und können ja schon mal ein bisschen vorkochen. Denn nachher, wenn wir dann wieder nicht da sind, dann ist es wieder so ein bisschen... Äh, wir haben nichts zu essen. Der Kühlschrank ist leer. Ne, 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 ne. Und deswegen... Organisiere. Hallo, danke. Organisiere ich das jetzt schon mal mit Summer, damit sie sich dann da auch vollends wohl fühlt. So, unsere Süße, die darf jetzt auch ins Bettchen huschen. Aber bitte nicht da, wo David geschlafen hat. Jedenfalls nicht auf der Seite. Und der... Ach, gucke mal. Der fühlt sich jetzt anscheinend gar nicht mehr so unwohl, obwohl er megamäßig müde ist. Aber naja, gut, ne, ist ja auch ein totales Erlebnis hier in der nächtlichen Einsamkeit, in der Stille unter dem Sternenhimmel hier mitten an dem Garten herum zu fuchteln. Den ich mal übrigens auch anordnen muss, weil hier steht Erdbeerpflanze und da steht Erdbeerpflanze. Aber Erdbeerpflanze hier steht zwischen Weinreben. Das ist ein bisschen gut. Ich mag sowas nicht, wenn es so ungeordnet ist. So, wie weit bist du denn mit deiner Kochenfähigkeit? Ach, es geht sogar. Ich freue mich schon, wenn sie Level 7 erreicht hat. Da sind wir auch. Und Feinschmecker müssen wir dann auch noch. Ich denke mal, ich werde auch mal so eine Gourmet-Kochdingel-Party da, so ein Gala-Essen werde ich auch mal veranstalten. Das habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Darauf freue ich mich auch schon. So, ähm, schade, dass er dabei nicht so wirklich den Spaß bekommt. Spiele, Schach oder ein Videospiel? Ja, später auf jeden Fall. So, Freunde werden mit Summer jemanden kennenlernen. Am Spiegel Grimassen schneiden. Du, ja, du schläfst noch sehr schön. Okay, gut. Aber ich finde es schön, wie unsere Familie so entspannt hier in den Alltag irgendwie trudelt. Das finde ich irgendwie süß. Wie verrückt aufwischen. Ja, das hört sich gut an. Gleich mal gucken, wie das emotional dann abgewickelt wird. Ob sie dann so richtig schrubb, 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 schrubb. Ich denke, das wird cool. Irgendwie coole Musik dafür, dass David dann hier die ganzen Blümchen rausreißt. Und irgendwie anscheinend ein paar Samen dazu dann in die Luft hinaus lässt. In das Weltall, in unseren Raum. Durch Raum und Zeit. Aber er hat, glaube ich, nicht so viel Spaß dabei, wie ich. Also er sitzt auf jeden Fall schon sehr, sehr lange an dem Garten. Also obwohl mein Garten eigentlich relativ klein ist, sitzt er doch schon eine ganze Zeit. Ich habe auch überlegt, dass ich einfach zum Beispiel hier so einen Weintraubenbusch verkaufen soll. Weil ganz ehrlich, davon habe ich zwei. Beziehungsweise davon habe ich, warte mal, den werde ich mal hier wegstellen. Davon habe ich, ja, zwei, deswegen brauche ich keine drei. Ich werde von maximal von jeder Pflanze, werde ich nur zwei Büsche hinstellen. So kann ich auch so einen Glockenblumenstrauß hier einmal verkaufen. Und werde dann die schönen da lassen, damit mich das dann nicht so viel Zeit kostet. So, jetzt wisch, 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 wisch. Hä? Das war jetzt das wie verrückt wischen, oder was? Okay, wow! Also das hätte ich ja jetzt nur nicht erwartet, dass man so verrückt hier aufwischen kann. So, jetzt aber bitte noch. Also es geht auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Das muss man ihr lassen. Aber es sieht irgendwie sehr, sehr langweilig aus. Aktionen überdenken, alles klar. Ja, also, ähm, ja, das war jetzt nicht so genial, wie ich mir das vielleicht vorgestellt hatte. So, David, du bist auch wieder da. Lee kann jetzt auf dem Klettergerüst rumhängen. Na, das freut mich doch. Ach, sehr schön. Guck mal, hier macht sie auch sauer. So, ich gehe jetzt aber schlafen, damit ich dann nicht nachher irgendwie umkippe auf der Arbeit. So, mit dir mache ich ein paar Liegestützen. Da willst du ja eh gerade. Und dann muss ich irgendwie jetzt den Travis hier rankommen. So, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich das machen soll. Wie soll ich denn Travis jetzt irgendwie erreichen, wenn er nie und nimmer bei uns irgendwie sein will? Das nervt mich ganz besonders, muss ich ehrlich sagen. Das ist so, so mega abartig nervig, wenn er, wenn er nie irgendwie kommt. So, okay, da unser Spaß jetzt gerade auch flöten geht und wir bald zur Schule müssen, gehe ich mal den Kinderkanal schauen. Das hilft ja bei Kindern immer ganz besonders. So, und was machst du? Tanzen und Liegestütze. Du bist eine tanzende Liegestützmaus. Yay! Was haben wir hier noch? Was ist das? Was ist das? Kokett werden. Für jemanden eine Parodie machen. Alles klar. Das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Warte mal, dann werde ich mal dort oben. Ähm, Comedy. Kurzen Auftritt. Machen wir mal einen kurzen Auftritt verfassen. Ähm, schreiben. Wie gesagt, das machen wir später mit unserer guten Allison, sobald sie wieder fit ist. Gott, was war das denn? Da kam nur so ein Schatten hochgebackt. Ey, Halleluja. Tuning-Teile, Samen und Bücher. Tuning-Teile bräuchte ich mal wirklich, aber wie gesagt, da haben wir eigentlich jede Menge. 42 hier und mit, äh, okay, ich hab, ich hab die, ah, guck mal, und 32 hier. Die gebe ich jetzt mal auch direkt an David ab. Also wir haben 74 gewöhnliche Tuning-Teile und dementsprechend werden wir hier auch dann entsprechend versuchen, jetzt alles mal so ein bisschen aufzubessern. Das Problem ist nur, dass ich unter anderem auch immer dann so zwei Teile für, für gewisse Sachen brauche, so für Sanitäranlagen und so weiter und so fort. Und das ja eher so seltener hier irgendwie mit drin ist. Deswegen, also Tuning-Teile haben wir echt en masse, nur der Rest fehlt noch so ein bisschen. So, die Frage ist jetzt eigentlich, ah, ich hab die Hausaufgaben noch nicht gemacht, dann muss ich jetzt mal ganz eben schnell die Hausaufgaben, aber der Kids-Kanal wirkt echt wahre Wunder, wie ihr sehen könnt. Und dann werde ich ihn, ähm, unter die erfrischende Dusche schicken. Denn, kurz bevor es dann 8 Uhr ist und er in aller Welt verschwindet. So, wie geht's dir? Du schläfst auch noch. Schläfst, schläfst, schläfst. Okay, drei schlafen, zwei sind wach. Und was macht sie da jetzt eigentlich? Ah, so, den Auftritt verfassen mit Liebplaudern. Nö, können wir später machen. So, denn der muss Hausaufgaben machen. Hey, Hausaufgaben machen, hab ich gesagt. Weigert sich ja einfach, Hausaufgaben zu machen. Ruhe, David. Wir müssen die Hausaufgaben machen. Hey, guck mal, er macht sie sogar im Schlaf. Tatsächlich, er hat die Augen zu. Was ist er denn für ein krasser Pro-Skiller? Hat die Augen zu. Ah, A mal B ist B. Ja, okay. Ähm, ja, ob die Hausaufgaben dann was werden, ist die andere Frage. Aber er scheint da Spaß dran zu haben. So eine kleine Herausforderung, dass er die Hausaufgaben mit links macht. So, und unsere Maus ist auch wach. Guten Morgen. Die geht jetzt auch mal direkt die Hausaufgaben machen, bevor sie irgendwas futtern geht. Damit wir dann da tatsächlich auch unsere Hausaufgaben fertig haben für die Schule nachher. Und Hausaufgaben fertig. So, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal den Kinderkanal schauen. Damit wir noch ein bisschen Spaß kriegen. Und dann kommt unsere erfrischende Dusche. Unsere Geheimwaffe, die wir dann nutzen werden. Damit wir dann tatsächlich energiegeladen in die Schule gehen. So, was möchtest du? Zur Schule gehen, wenn energiegeladen. Du möchtest das also auch. Dann würde ich mal sagen, dass du auch eine Erfrischmüll mit Summer plaudern. Wieso wollen die dann immer währenddessen plaudern? Während die irgendwie hier mit ihren blöden Hausaufgaben beschäftigt sind. Das finde ich immer ganz schrecklich. Was so macht man heutzutage Hausaufgaben? Einfach mal eine Runde lesen. Okay, hilft natürlich auch. So, in ein paar Stündchen kommt der Schulbus, beziehungsweise in... Oh, hat soeben den Katzen-Katzen-Katzen-Komödie-Auftritt zu Ende geschrieben. Oh, da freue ich mich sehr auf das Ergebnis, wenn wir dann tatsächlich nachher irgendwie einen richtig coolen Auftritt hinlegen werden. So, meine Lieben, dann würde ich jetzt aber auch sagen, wir machen Schluss für diesen Part. Wir sehen uns in einer neuen Folge. Aller Voraussicht nach morgen wieder. Ich muss mal gerade gucken. Ah, Mixen-Level 3. So, muss in einer Stunde in der Schule sein. Das heißt, jetzt schnell abbrechen und unter die Dusche mit dir. Und auch Lucy muss in circa einer Stunde in der Schule sein. Bis dahin sollte sie ihre Hausaufgaben fertig bekommen haben, auch wenn sie da nichts schreibt, sondern nur liest. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer neuen Folge von Die Sims 4 morgen direkt wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage Bye-Bye. Bye.